Das ist Luna. Sie erwartet von ihrer Freundin Sophie aus Berlin eine Sendung mit Wareninhalt. Sophie hat Luna die internationale Sendungsnummer mitgeteilt, die sie bei der Aufgabe der Sendung erhalten hat. Ab diesem Zeitpunkt kann Luna die Sendung mit der internationalen Sendungsnummer auf der Website der Schweizerischen Post verfolgen. Die Schweizerische Post hat Ersteinfluss auf eine Sendung, sobald diese in einem unserer Bearbeitungszentren eingetroffen ist. Nach der Ankunft in der Schweiz wird die Sendung vom Zoll überprüft. Bei Unstimmigkeiten wird Luna schriftlich von der Postverzollungsstelle in der Schweiz kontaktiert, was zu Lieferverzögerungen führen kann. Meldet sich Luna nicht innert der angegebenen Frist beim Zoll, wird die Sendung an Sophie retourniert. Sobald der Zoll die Sendung freigegeben hat, erhält sie zusätzlich zur internationalen eine Schweizer Sendungsnummer. Diese Nummer wird mit der internationalen Nummer verknüpft. So können beide online verfolgt werden. Die Sendung wird anschließend sortiert und weiterverarbeitet. Sofern Luna den Online-Dienst Meine Sendungen bei der Post aktiviert hat, erhält sie weitere Informationen zur ankommenden Sendung. Luna weiß somit bereits im Voraus, wann die Sendung zugestellt wird und dass sie dann nicht zu Hause sein wird. Sie kann nun die Zustellung ihren Bedürfnissen anpassen und den Empfang ihrer Sendung steuern. Hat Luna den Online-Dienst Meine Sendungen nicht aktiviert und verpasst den Zustellversuch, hinterlässt ihr der Bote eine Abholungseinladung. Luna kann die Sendung am nächsten Werktag in der lokalen Filiale abholen. Sendungen bis zu 2 kg lagert die Schweizerische Post 7 Tage, Sendungen ab 2 kg werden 15 Tage aufbewahrt. Kann Luna ihre Sendung nicht innert der gegebenen Frist abholen, kann sie diese auch selbstständig verlängern. Andernfalls wird die Sendung an Sophie retourniert. Optional hat Luna die folgenden Möglichkeiten. Sie kann online eine zweite Zustellung an einem Tag ihrer Wahl veranlassen. Sie erstellt für eine Person ihrer Wahl eine Einmalvollmacht. Die berechtigte Person kann nun in Lunas Namen die Sendung abholen. Oder sie leitet die Sendung an eine andere Adresse, an eine Pickpoststelle oder einen MyPost24 Automaten weiter. Luna hat also diverse Möglichkeiten, den Empfang vor und nach dem Zustellungsversuch nicht retourniert wird.